Die meisten beschäftigen sich viel zu sehr mit dringenden Dingen, während das Wichtige oft zu kurz kommt. Lassen Sie bitte mal folgenden Satz auf sich wirken, nämlich Das Wichtige ist selten dringend und das Dringende ist selten wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020